ok also wir haben heute das vergnügen miteinander und ich habe mich dazu entschlossen für heute ein potpourri an übungen mitzubringen für körper und stimme wir werden also keine vertiefung von einer sache machen sondern ich habe ja viele verschiedene anregungen und impulse mitgebracht ich hoffe für jeden für jede ist etwas dabei heute wenn ihr am ende sagt mensch darüber würde ich gerne noch mal mehr machen oder mehr wissen oder hier würde ich gerne noch mal vertiefend reingehen dann nehmen wir das gerne mit auf und können am schluss gerne einmal darüber sprechen wir legen los mit einer kleinen aufwärmübung ihr kennt es schon wir starten auf einer seite und klopfen ab ihr klopft auf der linken oder rechten hüftseite ab und ihr bleibt jetzt erstmal auf dieser seite die knie sind jetzt schon mal durchlässig der kiefer darf locker sein wir stimmen uns so ein bisschen ein und dann klopft ihr gerne das bein runter vorne vorsichtig am knie vorbei zum fuß runter und dann auf der rückseite zurück klopfen wieder nach oben wenn ihr oben angekommen seid klopft ihr innen und außen zu den knöcheln gerne die knöchel mit abklopfen und dann auch innen und außen wieder zurück zwischendurch atmen und dann klopft ihr noch ein bisschen weiter und wir streichen zum schluss einmal aus vorne runter übers knie zum fuß hinten runter zur ferse und dann innen und außen von oben nach unten und dann kommen wir wieder nach oben nehmen uns einen moment zeit und vergleichen abgeklopfte abgestrichene seite mit der noch nicht bearbeiteten seite ihr könnt ja mal so eine daumenskala zeigen wo gibt es bei wem gibt es einen unterschied das wäre so naja eigentlich nichts zu spüren daumen oben klarer unterschied daumen unten ich spüle gar nichts vielleicht könnt ihr mal so einen daumen die kamera halten ja ok wunderbar wir nehmen die andere seite klopfen erstmal die hüfte ab und auch hier weiter atmen die schultern sind schon mal entspannt wir bereiten den körper vor auf das was kommt und versuchen ihnen ein bisschen zu entspannen von dem tag den er schon hinter sich hat und dann klopft ihr auch hier gerne das bein runter ganz vorsichtig am knie vorbei zum fuß auf der rückseite zurück intensität bestimmt ihr natürlich selbst und dann klopfen wir innen und außen runter und auch wieder hoch wer schon oben ist kann noch ein kleines bisschen länger klopfen und dann streichen wieder wir wieder wie eben gerade von oben nach unten vorne von oben nach unten hinten und von oben nach unten innen und außen ich hoffe es ist einigermaßen ausgeglichen wer noch den impuls hat auf der einen oder anderen seite nach zu klopfen oder zu streichen kann das gerne tun klopfen vorsichtig den bauch ab und stellen hier schon mal sicher die bauch decke ist locker vielleicht könnt ihr schon so gleich nach spüren bei der einatmung wird der bauch ganz leicht nach innen entschuldigung bei der einatmung ganz leicht nach außen bei der ausatmung geht er leicht nach innen freudsche versprecher dann einmal den rücken abklopfen ja ich glaube hier so runter bis zum becken den unteren rücken hoch und dann nehmen wir hier einmal den brustkorb mit und die andere seite hier verweilen wir nur ganz kurz wir klopfen weiter richtung brustbein und dann entscheidet ihr euch wieder für links oder rechts eine hand landet auf der gegenüberliegenden schulter und dann klopft euch mal auf diese schulter mittwoch abend ihr seid alle hier nach einem wahrscheinlich längeren arbeitstag oder sonst einem langen tag die knie sind locker klopft sich auf die schulter und wir klopfen den arm runter zu den fingerspitzen wir drehen hier die hand um es gibt einen applaus für euch dann klopfen wir den arm innen wieder nach oben und noch einmal so seitwärts oben zum daumen über die fingerspitzen auf der rückseite zurück und wenn ihr oben angekommen seid dann streichen wir auch hier noch mal runter oben zu den fingerspitzen unten zu den fingerspitzen noch einmal oberhalb richtung daumen und das gleiche auch hier unten richtung kleinen finger lassen beide arme einmal hängen und ich weiß nicht ob das nur mein empfinden ist oder ob man es tatsächlich auch hier sehen kann aber meine ganze linke seite fühlt sich abgesenkt an meine schulter aber auch mein kiefer und dann nehmen wir die andere seite klopft euch noch mal auf die schulter ihr seid immer noch dabei das ist wunderbar vielleicht ist euch auch schon ein bisschen warm geworden und dann klopfen wir zu den fingerspitzen drehen die hand um ihr versucht einfach ganz entspannt weiter zu atmen während des klopfen klopfens prüft noch mal nach ob die knie noch durchlässig sind die könnte auch so ein bisschen die hüfte mit bewegen wenn ihr möchtet und dann klopfen wir zum daumen und dann hier wieder über die fingerspitzen zurück ok wir landen wieder bei der schulter und wenn ihr oben angekommen seid dann streichen wir noch mal runter und unterm arm zur hand und dann so oberhalb zum daumen und hier unterhalb zum kleinen finger und wir lassen beide arme hängen kurz nachspüren wie sich dieser aktivierte aber hoffentlich entspannte körper jetzt anfühlt jedenfalls bis hier ok ich möchte mit euch in eine kleine stimmbildungsgeschichte gehen eine stimmbildungsgeschichte die man gut mit kindern machen kann wenn ihr was mit kindern macht wunderbar mit kinderstimmen das haben wir bisher noch nicht so thematisiert deswegen soll es heute ein bisschen raum bekommen wenn ihr nichts mit kindern macht dann macht gerne einfach mit denn diese übungen sind natürlich auch für die erwachsenen stimme ok es ist ganz früh am morgen als wir losgehen zur kita zur schule zur arbeit zur musikschule wohin auch immer draußen weht ein eisiger wind und die bäume die großen bäume mit den dicken wurzeln stehen gut auf dem boden ihr könnt alle mal prüfen ob eure füße so gut auf dem boden stehen wie die wurzel der großen dicken bäume ihr seid hier oben beweglich und der wind der weht durch die bäume und die wiegen hin und her und man hört ein macht gerne mit der wind ist wirklich ziemlich kräftig die bäume bewegen sich hier oben in alle richtungen bleiben aber noch fest auf dem boden gleich noch einmal langsam wird der wind ein bisschen weniger die bäume bewegen ein bisschen leichter hin und her mit einem bis sie schließlich aufhören und einfach nur dastehen ein kleines schneeflöckchen macht sich auf den weg mit einem und landet auf meinem arm noch ein schneeflöckchen macht sich auf den weg und landet auf meinem anderen arm wenn ihr es noch nicht macht macht jetzt gerne mit noch ein schneeflöckchen macht sich auf den weg und ein letztes schneeflöckchen auf den anderen arm wir versuchen es mal wegzupusten ganz sanft und wir achten darauf dass der abstand zum arm gleich bleibt wir wollen gar nicht so dicht rangehen sondern noch mal versuchen das schneeflöckchen ganz sanft wegzupusten da landet noch eins das wussten wir auch weg noch eins auf der anderen seite jetzt werden es auf einmal immer mehr wir kommen kaum hinterher wir pusten ein bisschen schneller und machen einen langen puster und versuchen alle schneeflöckchen beiseite zu pusten den rest schütteln wir unter bevor es richtig anfängt zu schneien mit einem ein richtiges schneegestöber was da draußen los wird los geht und es wird auch richtig kalt wer rein mal unsere hände aneinander versuchen uns ein bisschen zu wärmen mit einem gerne mitmachen ein Wir reiben unsere Arme. Nehmt gerne auch die Stimme dazu nochmal ein. Wunderbar. Jetzt wird es wirklich langsam Zeit, dass wir zur Schule, zur Arbeit, zur Kita, zur Musikschule kommen. Der Weg ist zugefroren und wir schlittern ein bisschen auf dem Weg Richtung Zielort mit einem Hui und Hui und Hui. Gleich nochmal. Hui und Hui und Hui. Wer möchte, kann auch mal so eine kleine Pirouette drehen. Huiuiuiui. Sehr schön, das sieht richtig gut aus. Gleich noch einmal eine Pirouette. Huiui. Pirouette. Okay, wunderbar. Als wir auf dem Weg sind oder als ich auf dem Weg bin, da habe ich ein Lied im Sinn und ich komme leider nicht auf den Titel. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch Teile des Liedes. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich mache mal was vor. Kling, 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 K hat vielleicht schon jemand eine idee wie dieses lied heißen könnte noch mal was vor ein zweiter tipp noch einmal du 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 erkannt hat? Ah, okay. Wunderbar. Es geht natürlich um Schneeflöckchen, Weißröckchen. Mit den Kindern könnte man jetzt mit diesen Bewegungen direkt ins Lied einsteigen und vielleicht auch weitere Übungen, weitere Bewegungen für die anderen Strophen finden. Das lassen wir heute mal aus Zeitgründen weg. Aber so könnte eine kleine Stimmbildungsgeschichte sein für die eigene Stimme, für die Kinderstimme und man könnte spielerisch ins Lied übergehen. Wir kommen jetzt erst mal zurück zu unserem Workshop. Geschichte einmal zur Seite. Und wir machen weiter mit unserem Brustkorb. Wollen noch ein bisschen unsere Sprechstimme, unsere Bruststimme aufwärmen und jede jeder bitte in seiner bequemen Lage geht während des Abkloppens in ein. Entspannt Luft holen und dann gleich noch mal. Wir können auch einmal in ein Aaaaaaah gehen. Oder dann nochmal zurück ins Summen. Zunge ist locker, Kiefer ist entspannt. Muuuuuuuuuuuh. Wunderbar. Wir bleiben beim Oberkörper und wollen unseren Rücken, unseren Brustkorb noch so ein bisschen warm machen, aufwärmen. Wir nehmen die Hände mal vorne zusammen. Ich stelle mich zur Seite, sodass ihr das gut sehen könnt. Die Knie sind wieder locker. Und wir machen mal so einen runden Rücken. Vor allem der untere Rücken darf hier schön rund sein. Der Kopf ist in Verlängerung und die Schultern sind entspannt abgesunken. Und dann könnt ihr das Gefühl haben, jemand zieht so ein bisschen an den Händen. Einmal nach vorne weiter atmen und dann öffnet die Hände wieder. Genau. Kommt zurück. Wir gehen einmal in die Gegenbewegung. Die Hände hinterm Rücken verschränken. Schultern sind auch hier entspannt und locker. Bei dieser Übung bitte gut auf den unteren Rücken achten, dass ihr nicht in ein Hohlkreuz fallt, sondern das Becken in einer entspannten Kippung ist sozusagen. Und dann gehen die Hände nach unten. Wer möchte, kann noch ein bisschen nach hinten ziehen. Und wir dehnen den Schultergürtel. Der Kopf bleibt aufgerichtet. Und auch hier weiter atmen. Kiefer locker lassen. Zunge liegt entspannt da. Und dann öffnen wir die Hände und gehen gleich in diese Seitbewegung rein, die wir auch schon mit Julia gemacht haben. Knie sind wieder entspannt. Genau. Und ihr könnt hier einmal abklopfen. Den ganzen Brustkorb runter. Schultern sind möglichst gelöst. Und dann klopfen wir auf die andere Seite. Ja, und auch hier nochmal in die Dehnung reingehen. Okay. Den Arm absenken. Und dann geht ihr jetzt bitte in eurer bequemen Lage in Summtöne mit diesen vier Positionen. Ja, es ist jetzt ein bisschen frei sozusagen. Ihr könnt auf der einen Seite starten gerne und fangt einfach an mit einem. Andere Seite, vielleicht ein neuer Ton. Wer möchte, kann ausprobieren, wie es sich anfühlt, anhört. Wenn die Hände hinten verschränkt sind, bitte hier nochmal auf das Hohlkreuz achten. Und dann auch gerne nochmal die Gegenbewegung ausprobieren. Und dann macht ihr das Gleiche nochmal und wählt einen Wunschvokal. Ja, ihr könnt auch ein S vorher nehmen, ein SO, ein SA, ein SU. Und dann gehen wir wieder in eure bequemen Tonarten, Tonlagen. So. In einen Liegeton. Und die andere Seite. So. Und dann gerne nochmal hinten verschränken. Neuer Ton, neues Glück. So. Und dann vorne noch einmal runden rücken. So. Und dann wieder öffnen. Okay. Wenn ihr alle da seid, dann kommen wir in eine gemeinsame Übung. Wieder nur drei Töne hoch, drei Töne runter. Und ich singe das jetzt in einer bequemen Lage für mich vor. Und diesmal schon mal vorweg, wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu tief für mich oder zu hoch für mich, dann fangt in einer Lage an, die für euch in Ordnung ist zu Hause. Ja. Die für euch sich gut anfühlt. Und dann macht ihr das einfach unabhängig davon, was ich gleich spielen werde, in einer für euch guten, bequemen Lage. Also. Es geht los. Auf der einen Seite mit einem Du. Und ihr könnt wirklich das Gefühl haben, ihr singt hier aus den Rippen raus. Es ist nur eine Idee. Ja. Eine Wahrnehmung. Aber schaut mal, ob das was macht. Hier wegnehmen. Hier hinlegen. Andere Seite einmal ausprobieren. Wieder Ton. Lage eurer Wahl. Du. Okay. Und diesmal bleiben wir bei diesen beiden Bewegungen. Und ihr geht hin und her. Nehmt euch Zeit. Wenn ich schneller spiele, als ihr singt, ist das auch völlig in Ordnung. Dann macht das bitte in eurem Tempo. In eurem Tempo. Okay. Wir starten in dieser Lage. Zusammen, wenn ihr möchtet. Du. Und vielleicht neue Seite. Du. Wieder die andere Seite. Du. Und wieder die nächste Seite. Atmen. Du. Noch einmal. Du. Ein letztes Mal. Auf der anderen Seite. Du. Okay. Ja. Es sieht wunderbar aus. Ich bin gespannt, nachher zu hören, wie es euch stimmlich damit ging. Wie gesagt, ich bin jetzt in einer eher Mittellage geblieben. Wenn ihr das Gefühl habt, ich möchte das aber nochmal in der Höhe ausprobieren oder ich brauche es ein bisschen tiefer. Fühlt euch ganz frei zu Hause, genau das zu tun. So. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für die Geschirrhandtücher oder die Handtücher oder den Jutebeutel. Was auch immer ihr auftreiben konntet. Wir brauchen zwei Stück. Und ich stelle den Stuhl wieder beiseite. Wer schon die Handtücher parat hat, kann sie schon mal so verhalten, dass sie ja ungefähr, also dass sie so eine Handgröße haben vielleicht. Ja, die dürfen ein bisschen größer sein. Aber nicht zuflächig. Man sollte es schon auch ein bisschen spüren können. Ja, es darf so ein bisschen Stoff, bisschen Stoff darf es sein. Ihr könnt es auch nachher nochmal in der Variation versuchen und sie einrollen. Was haben wir damit vor? Es kommt ein Geschirrhandtuch unter den einen Arm, das andere Geschirrhandtuch unter den anderen Arm. Ihr könnt so eine Daumenlänge unterhalb der Achsel ungefähr das Handtuch platzieren und genauso auf der anderen Seite. Okay. Und dann schaut mal, dass ihr euch so einrichtet, schwupps, da gibt es eine Flöten, dass ihr euch so einrichtet, dass ihr die Arme nicht ranpressen müsst, sondern sie ganz locker halten könnt. Ja, aber dass ihr hier die Handtücher sicher quasi platziert. Okay. Und jetzt gucken wir mal, wir bewegen die Schultern. Und vielleicht bemerkt ihr jetzt schon so ein bisschen, die Atmung darf in die Seiten gehen. Ihr könnt die Schultern bewegen und dann geht alle mal so eine Runde durch den Raum mit diesen Handtüchern. Ihr könnt die Schulterbewegung auch jetzt einstellen und von der Konzentration her gerne Richtung Handtücher atmen. Ja, Richtung Handtücher atmen. Der Brustkorb wird weit mit der Einatmung. Und vielleicht könnt ihr nachspüren, dass diese Einatmung, diese Öffnungstendenz bei der Ausatmung ein bisschen bleiben darf. Ja, wir bleiben also aufgerichtet und weit im Brustkorbbereich. Und jetzt wiederholen wir die Übung, die wir eben gemacht haben mit dem Do. So, mit Geschirrhandtüchern unter der Achsel geklemmt, versuche ich uns hier durch zu navigieren. Ihr dürft auch gerne weiter in Bewegung sein, wenn ihr möchtet. Oder ihr könnt stehen, ihr könnt beides ausprobieren. Wir nehmen mal ein So, vielleicht ein So. So. Atmung geht Richtung Handtücher. Gleich noch einmal. Noch einmal Richtung Handtücher. Gleich noch einmal. Ihr atmet weiter in den Brustkorb hinein. Die Bauchdecke ist dabei locker. Ein letztes Mal zusammen. So. 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 und singen gerne mit oder mal ein gleich noch einmal letzte Runde okay, ja, vielleicht könnt ihr versuchen, ich sehe das schon bei einigen, diese Weite hier, diesen Platz zwischen Arm und Brustkorb beizubehalten und immer mal wieder herzustellen, das geht auch im Sitzen ganz wunderbar, dass ihr einfach hier Platz lasst für den Brustkorb, für das Zwerchfell, für diese Weite. ihr dürft, wenn ihr möchtet, gerne kurz Platz nehmen, die nächste Übung machen wir im Sitzen, auch wenn ich jetzt aufstehe, ich will nur einmal die Geschirrtücher hier aus dem Weg räumen, genau, okay, für alle, die es im Nacken haben, jetzt kommt was für euch, wir wandern also langsam nach oben, ja, vom Brustkorb gehen wir ein Stückchen höher Richtung Nacken, diese Übung nennt sich Schwammen und ich kenne sie aus der Franklin-Methode, wir stellen uns also vor, wir haben einen Schwamm in der Hand und den legen wir in den Nacken, ja, den legen wir in den Nacken, ich drehe mich einmal um, ich habe also meine Hand hier richtig platziert im Nacken und jetzt stellen wir uns vor, wir wringen diesen Schwamm ganz leicht aus, die Schultern sind möglichst entspannt dabei und während wir schwammen, also auswringen, pusten wir aus, ja, also atmen wir aus, ich schwamme und atme aus mit einem dann lasse ich los und atme ein, gleich noch einmal, pusten und schwammen loslassen, einatmen, letzte Runde auf der Seite loslassen, Hand absinken wenn ihr möchtet, kurz den Kopf bewegen Kiefer darf sich lockern wir nehmen noch einmal die andere Hand und ihr merkt schon vielleicht, es ist eine Frage auch der Intensität wie sensibel seid ihr, wie intensiv möchtet ihr also probiert auch das gerne aus noch einmal mit der anderen Seite Luft geht raus und wir schwammen loslassen, einatmen Bauchdecke löst sich, gleich nochmal loslassen und letzte Runde okay ihr könnt den Kopf mal nach links und rechts bewegen und die Schultern heben und senken das haben wir jetzt heute nicht gemacht, aber wenn ihr das beim nächsten Mal macht, könnt ihr auch mal vorher nachher testen, ja, einmal den Kopf hin und her bewegen, Schultern heben und senken dann diese Schwammübungen und dann macht ihr das einfach nochmal und guckt, ob sich was verändert hat okay wir bleiben nochmal so ein bisschen beim Nacken ich muss mal ganz kurz gucken ja, so viel Zeit haben wir noch, das ist wunderbar wir waren beim letzten Mal genauso in der horizontalen und sind dann in die vertikale Richtung gegangen von der Idee her wir machen das jetzt noch einmal mit ihr könnt gerne diesen weichen, langen Nacken noch einmal nehmen und euch hinstellen ich lasse den Stuhl hier einmal an der Seite stehen und wir nehmen die Länge des Nackens in Verlängerung, die Wirbelsäule hinunter zum Becken und ihr erinnert euch das Becken darf ganz leicht in diese Richtung gehen Schambein sozusagen in Richtung Bauchnabel ja ihr könnt, wenn ihr möchtet und es für euch angenehm ist diese Bewegung so ein paar Mal mitmachen es geht nach unten raus und nach oben raus vielleicht auch nochmal wechseln wenn das ganz unangenehm ist für eure Arme, für eure Schultern dann macht ihr das gerne einfach nur über die Vorstellung ihr müsst das nicht mit dieser Armbewegung mitmachen es geht wirklich darum diese Vorstellung vielleicht einmal zu intensivieren aber wenn das nicht in die richtige Richtung geht für euch dann lasst ihr das gerne weg okay, wir bleiben jetzt in dieser Länge in dieser Aufrichtung so ok Kopf ist trotzdem beweglich Kiefer ist locker Zunge liegt auf und das Becken ist gekippt und in dieser Länge bleiben wir mit dem Singen wir nehmen die gleiche Übung so so und ihr bleibt ganz lang so Atem fällt ein lang bleiben gleich noch einmal in die Länge so nochmal so und wir gehen wieder ein bisschen runter so letztes Mal diese Übung so wunderbar und ihr merkt vielleicht ja, man muss ein bisschen aufpassen bei dieser Länge dass man hier nicht festhält deswegen gerne mal den Nacken so ein bisschen bewegen ihr könnt ganz leicht mal in so einen Nicken gehen ja, ja, ja ganz leichtes Nicken ganz leichtes Kopf schütteln und dann geht der Kopf einmal rundherum ok wir bleiben ein bisschen beim Kopf ihr könnt gerne stehen bleiben dann stelle ich den Stuhl noch mal zur Seite und wir starten wieder auf einer Seite links oder rechts und dann klopft ihr gerne einmal den Kopf so ein bisschen ab kleinen Fingerspitzen und dann geht's zur Stirn wir können jetzt in die Weite atmen und in die Länge atmen der ganze Rücken ist aktiv und dann geht's zur Schläfe ganz vorsichtig die Schläfe abklopfen der Kiefer darf wirklich hier auch schon mal hängen ja, und dann klopft ihr hier die eine Nasenhälfte so ein bisschen ab mit kleinen Tippelfingern und dann geht's langsam runter hier zum Kinn über den Kiefer die Wange mal mitnehmen wir bleiben auf der Seite und massieren einmal das Ohr von oben zum Ohrläppchen und wieder zurück und dann streicht mal hier den Kiefer aus ich glaube Bea hatte das auch mit euch gemacht ihr könnt hier einmal den Kiefer zusammenbeißen und dann spürt ihr den dicken Muskel hier den wollen wir gerne ganz locker haben deswegen lassen wir schnell wieder los streichen hier könnt noch mal rein massieren und für mich funktioniert die Vorstellung dass ich ein liegendes Gummibärchen zwischen den Backenzähnen habe so viel Platz darf immer sein ok kurz eine Gesichtshälfte mit der anderen vergleichen und dann nehmen wir die andere Hälfte klopfen den Kopf hier ganz locker ab und die Stirn atmen dabei weiter in die Breite und in die Länge klopfen die Schläfe ab die Wange ah wir haben die Nasenhälfte vergessen die Nasenflügel und dann geht es runter zum Kinn und von hier aus nochmal schnell zum Ohr einmal das Ohr massieren oben runter zu den Ohrläppchen die Schultern sind entspannt Bauchdeck ist locker und dann streichen wir den Kiefer runter wenn ihr mögt beißt auch hier auf der Seite nochmal ganz kurz zusammen um zu spüren was für eine Kraft dahinter stecken kann wenn es heißt mal richtig die Zähne zusammenbeißen no 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 nicht mit uns wir lassen schnell wieder locker massieren diesen fetten Muskel einmal durch ja wir wollen ihn weich und geschmeidig haben vielleicht auch hier so ein kleines liegendes Gummibärchen ok so wir gehen mit der Zunge zur einen Seite und malen kleine Kreise von innen an die Wange dann gehen wir und malen einmal unsere Lippen nach und wir kreisen und gehen mit zur anderen Seite und machen hier Kreise ok kurz innehalten Zunge entspannen ich weiß nicht wie es euch geht ich spüre danach meine Zungenmuskel wahnsinnig doll vielleicht geht es euch auch so ok und dann sagen wir einmal schön so schön so schön gerne zusammen schön so schön so schön einmal noch schön so schön so schön wir nehmen die Zunge einmal raus und sagen fünn wo fünn wo fünn nochmal fünn wo fünn wo fünn fünn letztes Mal fünn wo fünn wo fünn 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 da fliegen schön so schön so schön ja das sieht wunderbar aus ok wir nehmen jetzt zu dieser Weite die wir hier haben zu dieser Weite hier einmal die Idee von der Halsweite von der Weite im Rachenraum ein es gibt ein paar sagen wir mal Bilder die helfen können um diese Halsrachen mundweit zu spüren das eine ist mit einem Gähnen verbunden ihr könnt euch selbst mal zum Gähnen bringen merkt ihr der Kehlkopf geht hier ein bisschen runter das Gaubensegel zieht nach oben ich finde persönlich der Nachteil ist wir sind halt beim Gähnen ich möchte lieber was aktives haben als etwas schläfriges aber es hilft um diese Muskulatur ein bisschen nachempfinden zu können es gibt auch die Idee des Staunens und es ist weniger ein Staunen sondern es ist ein wir öffnen den Mund vielleicht wie Kinder die das erste Mal den Tannenbaum sehen am Tag am Abend es ist ein wir merken auch hier das Gaumensegel hebt sich ein bisschen wir haben Platz zwischen den Backenzehen und atmen noch einmal ein und der Hals ist ganz weit von der Idee her wir werden hier weit und hier weit gleich noch einmal und man darf den Einatmen vielleicht auch gar nicht unbedingt hören ja schaut mal ob ihr das hinbekommt wir machen mal einen unhörbaren Einatmen ganz viel Raum ganz viel Raum diesen Raum behalten wir auch während der Ausatmung und wir machen wir sagen noch mal schön so schön so schön einatmen mit viel Raum mit viel Weite schön so schön so schön gleich nochmal schön so schön so schön beim Sprechen könnt ihr mal prüfen der Kiefer geht hinten nicht zusammen sondern bleibt offen wir können hier trotzdem eine Mimik haben wir müssen gar nicht so schlapp gucken wir können hier trotzdem viel Bewegung haben aber die Weite bleibt und jetzt gehen wir damit noch einmal ins Singen schön so schön so schön mit folgender Übung schön so schön so schön schön so schön wir probieren es zusammen mit Weite einatmen schön so schön so schön gleich nochmal schön so schön so schön weiter einatmen und beibehalten schön so schön so schön gleich noch einmal schön so schön so schön letztes Mal schön so schön so schön ja schön so schön so schön ist dieser Workshop mit euch wir haben habe ich ja angekündigt schon viele verschiedene Übungen heute gemacht lasst uns noch mal ganz kurz wiederholen wir haben den Brustkorb in Schwung gebracht wir haben diese Dehnübungen zu den Seiten gemacht aber auch nach vorne nach hinten haben dazu gesummt haben auf Do hoch und runter gesungen in diese Rippenweite hinein dann haben wir das Schwammen gemacht in die Länge nochmal nach oben und unten mit der Wirbelsäule gearbeitet versucht diese Länge beizubehalten wir haben den Kiefer bearbeitet wir haben hier alles gelockert und zum Abschluss machen wir noch einmal schön so schön so schön wir haben auch die Handtücher noch gehabt genau das hatten wir auch noch und ihr sucht euch eine dieser Übungen aus eine vielleicht wo ihr das Gefühl habt die hat mir am ehesten geholfen da habe ich einen Unterschied gespürt das hat was mit meinem Körper oder mit mir gemacht mit der Stimme und macht diese Übung jede jeder für sich ja so schön so schön so schön einmal raussuchen ich kann entweder das hier machen oder das hier ich kann mir auch noch mal die Handtücher unter die Arme klemmen ich kann aber auch in die Länge denken ich kann diesen weiten Einatmen mitnehmen ihr sucht euch eine Sache aus und dann geht es zum Abschluss noch einmal schön so schön so schön schön so schön so schön gleich noch einmal schön so schön so schön nochmal sieht wunderbar aus schön so schön so schön gleich noch einmal schön so schön so schön Das, was ich gesehen habe, sieht toll aus. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere Übung für euch mitnehmen. Schön, so schön, so schön. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich wende jetzt das Video. Wir haben noch mal Zeit zu sprechen. Ganz in Ruhe. Vielen Dank.